Die Tram. Setzen wir ein. Wo steigst du aus? Ich steige aus der Tram. Wo bist du? Ich bin in der Tram. Wo? Wechselpräposition in der. Wo steigst du ein? Ich steige in die Tram ein. Wohin? Wechselpräposition Akkusativ. Ich sitze in der Tram. Wo? Wechselpräposition Dativ. Und noch einmal. Wo steigst du aus? Ich steige aus der Tram. Wo bist du? Ich bin in der Tram. Wo steigst du ein? Ich steige in die Tram. Und ich sitze in der Tram. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Dann. TschBM�. Das Video hat euch gefallen. Ich lebe das kleine Adam. SFO-Aus animals. Danke genauer. West Teamjah. Hussein geht mit. Ich dir. Ich bin in der Tram.